Ding Dong! Schön, dass du dich wieder verirrt hast hier zu einer weiteren Folge Happy Wheels. Wir starten wieder direkt rein. Was für Featured-Levels, Digga? Bros-Levels natürlich. Wir suchen natürlich wie immer nach den geilsten. Wobei, heute gehen wir mal nach den neuesten. Da ist doch richtig viel Schmutz dabei. Richtig geil. Red Ball Pro. Wir gehen richtig rein, Muchachos. Nach wie vor vielen, vielen Dank für euren epischen Support. Pro-Bosser ist wieder aktiv. Wir holen uns erstmal zwei Bälle. Ich meine, bevor wir zwei Bälle holen, hol ich den Win und damit easy-weezy Win-Brudi. Aber ganz ehrlich, das müssen wir zumindest nochmal spielen. Wie würde Deko das spielen? Also als Noob hier. Zwei Bälle holen wir zum extra. Boom. Death. Oh, ich wäre jetzt eigentlich tot, aber vielleicht kann ich mich noch retten. Digga, ich war schon tot und trotzdem rette ich mich. Übrigens, demnächst erwartet euch hier an diesem Platz in Happy Wheels Deko. Oh, der will das Game nämlich auch mal ausprobieren. Das kann natürlich was werden. Lass Kraftwagenfahrer. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ungefähr Million, eine Million, eine Milliarde Prozent Impossible. Easy, Digga. Easy, first try machen wir das. Was? Okay, das hat nicht so funktioniert. Wir machen es nochmal. Wie geht es überhaupt? Achso, wir müssen da in die Ritze. Oh, jetzt habe ich verstanden, Digga. Jetzt habe ich verstanden. Scheiße, Mann. Wieso? Rudy, easy. Kann man da schon sein Close Enough? Bestimmt, oder? Wir machen es nochmal. Weil ich kann mich hier schon so ein bisschen saven. Oh, guck mal. Wie gierig diese Harpoon-Dinger werden. Okay, ähm. Ja, die haben das hinbekommen. Nochmal. Oh. Oh. Wie der zerrissen wurde. Gleich nochmal, Brody. Oh, 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 oh. Vielleicht die Füße, vielleicht die Füße. Ah, ich glaube, wir leben noch. Alles sexy, alles geil. Ja. Kann ich mich da irgendwie wieder rausbefreien? Scheiße, ey. Das sitzt aber richtig tief. Oh. 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 Oh, scheiße. Dass das so tief drin ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Oh. Oh. Hallo, hä, verarsche. Ey, close enough. Das reicht jetzt hier, wirklich. Haben wir. Easy. Fall Challenge. Digga, null Sterne. So grottig. Oh, das ist geil. So was feiere ich eigentlich. Wee. Den nehmen wir mit. Guck mal, wo sind meine Hände, Digga? Wir leben noch, oder? Wir leben noch. Alles gut, Digga. Sind wir für den Chameleon. Digga, was kommt da? Ist hochgeballert. Da freue ich mich drauf, ey. Einmal fallen lassen. Skala. Ja. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Skill bewiesen. Platt machen. Ja. Wie soll das gehen, Digga? Wie soll das gehen? Ist das gestört, ey? Ja. Ich glaube, ich habe meinen Kopf verloren. Aber vielleicht schafft mein Körper es ja noch. Ja. Oh, mein Kopf. Kann ich meinen Kopf verfolgen? Na, schade. Das wäre geil gewesen. Der fast kopflose Nickfass. Ich habe mich mal kurz ein bisschen kleiner gemacht. Ich habe meinen Arm extra verloren. Ja. Ey, ohne Mist. Wie soll das funktionieren? Würde sagen, fast close enough. Aber wir machen das nochmal. Ja. Hier ein bisschen mitnehmen. Ab durch die Mitte. Oh. Den Helm verloren. Das wird schmerzhaft. Klein machen. Ey. Ey, allein diese Dinger. Wie soll das funktionieren? Da muss man irgendwie es schaffen. Oh, oh. Nicht an den Rand gedrückt zu werden. Sondern. Ja. Oh. Los. Nimm mich mit, Brudi. Los. Kann ich ihn schnappen? Ja. Ja. Nein. Das war meine letzte Chance, Digga. Das war meine letzte Chance. Aber einen Versuch machen wir noch. Komm. Einen einzigen. Der ist krank, Digga. Der ist richtig krank. Ja. Ja. Aha. Zähl, zähl, zähl. Close enough. Elegan gelandet, Digga. Wie ein Athlet. Würde ich sagen. Wir haben nur unseren Kopf verloren. Das war's. Das war schon ziemlich Profi-Like. So. Bottle Flip for Pros. Oh, ich feier sowas, Digga. Bottle Flip. Hä? Ich muss erst noch meine Arme hochkriegen, Digga. Anderthalb Sterne. Richtiger Schmutz, ey. Nochmal. Oh, geht. Okay. Huah. Huah. Noob. Mhm. Impossible. Ich schau mal, wo wir landen. Irgendwas cooles muss passieren, Digga. Oh, zweimal Noob. Böse Zeichen. Huah. Oh, gefangen, Digga. Huah. Ja. Ich kann noch einen holen. Das war knapp. Fast impossible. Oh, den letzten würde ich auch gerne noch haben. Oh, ich nehme einfach... Ich nehme ihn nochmal, Brudi. Ich nehme ihn aber nochmal. Nein, ein Ding ist kaputt gegangen. Nicht dreimal Noob. Das wäre... Oh. Oh. Okay, wir machen schnell weiter. Huah. Huah. Digga, was ist mit meinem Kopf los? Digga, was ist mit meinem Kopf? Das ist wie so ein Dance-Move, ey. Komm, einmal was... Digga, das ist nicht mein Game, ey. Weiter geht's. Very Hard Level. Dann machen wir mal. Digga, mein Opa Klaus hier. Ja, was ist los? Oh, 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 oh. Okay, nochmal. Opa Klaus. Huah. Zurück. Ja, Baby. Okay, okay. Einmal drehen, bitte. Ja, ja, ja. Wir brauchen... Wir brauchen den hier. Okay. Wir machen das anders. Wir machen das ganz, ganz anders. Wir werfen das Deko rein. Dann schaffen wir es vielleicht. Skid up. Oh. Nein, Deko, ich hab dich... Ich hab dich für was anderes gebraucht. Mann, du Lappen. Wir leben. Easy. Easy. Weiter, weiter, weiter. Okay, nochmal. Deko. Zeig mir, was du kannst. Huah. Oh. Okay. Das müssen wir nochmal machen. Oh, alles abgeschossen. Jetzt warten wir, bis die ganze Scheiße runterfällt. Das war knapp. Aber das hab ich natürlich gewusst. Deswegen bin ich so krass nach hinten gefahren. Boah. Jetzt muss ich da irgendwie rüberspringen, ne? Oh. Ne. Ich muss halt sofort rüberfahren, glaube ich. Kick nochmal Opa rein hier. Opa Klaus. Skid up. Und jetzt bei ein. Jetzt bei ein. Huah. 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 Hütter, Schwede. Es regnet. Es regnet Harpun. Aber ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Easy, easy. Oh. Oh. Nein. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Alles easy. Weezy. Pro fucking Bossa. Huah. Meine Beine erstmal schön in der Sonne. Okay. And let's go. Okay, okay Broody. Okay, beruhig dich. Nur noch da drüber. First try, muchachos. Easy first try. Very hard level, nicht für pro fucking bosser. Was haben wir? Giant ball throw? Das kann doch richtig beschissen werden, oder? Einfach mal werfen, keine Ahnung wohin. Das ist schnell eskaliert, gleich nochmal. Drei Bälle nehme ich. Meins. French Baguette. Ins vorletzte, wie kommt man darauf? Ich bin zu gut, ich geh jetzt nach Hause. Okay, hält der das Ding überhaupt richtig fest? Einmal wegkicken. Huah, bam! Ohohoho, hast du den Trick gesehen, Tom? In deinen Nieren, ey. Sally, bam! Okay, nochmal. Tom kann gar nichts, Digga, Sally. Digga, Sally jetzt nicht richtig selber wegentkehrend. Jungle Boy. Oh, alles gut, alles gut, alles gut. Jungle Boy, beruhig dich. Jungle Boy, ich muss hier aufpassen. Ich muss hier wirklich richtig aufpassen, sonst köpfe ich mich hier selber. Was mache ich denn damit jetzt, ey? Oh, das wird nichts. Oh, ja. Oh, oh, oh. Nein, es wird immer beschissener. Fuck. Jungle Boy. Lass mich da hin. Lass mich... Lass mich da hin. Jungle Boy. Dankeschön. Nein. Again. Huah! Oh, Mann! Ich hatte gerade ein Schwanzschwert, ey. Das wäre richtig gut gewesen. Nein, falsch. Oh, nein! Okay, jetzt sind wir bewaffnet, Digga. Jetzt haben wir was Spitzes in der Hose. Tom, es tut mir leid. Ich muss dich kurz benutzen. Huah! 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 Oh, 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 oh! Sally, 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 Sally! 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 Einmal... Huah! 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 Nein! Huah! 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 Uiuiui! Das war knapp, ey. Huah! Weihnachtsmann! Nein, Weihnachtsmann, warum, Digga? Ey, Weihnachtsmann! Oh, oh! Huah! 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 Ich bin wieder... Digga, dieser Jungle Boy, ne? Der ist so krass... Scheiß auf Bob, Digga. Scheiß auf dem Weihnachtsmann, dieser Jungle Boy ist es, ey! Ey! Ja, 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 ja Ja, das schaffe ich jetzt Ja, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut Das ist sehr, sehr gut Ja, ja Jungle Boy, ich bin nicht mehr so auseinander, du dreckiger Schönes Gesicht, jetzt komm Oh, ha, 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 ha Oh, fucking yeah Oh, fucking yeah Schön sein Gesicht zerstört, ey Da kann dir auch kein Alexander Markus mehr helfen, ey Oh Okay Oh, nein Ja, oh Wir müssen uns überall so ein bisschen festhalten Damit wir langsamer sind Oh, ja Und, oh, und Oh, einmal hier rüber, würde ich sagen Wobei, das ist auch gar nicht so schlecht, oder? Ja Oh, oh Ja Oh, haben wir easy gewonnen, oder? Oh, oh, nein Oh, 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 oh Ey, ganz ehrlich, beim letzten Hindernis noch die Arme rausgerissen Nice Perfekt Äh, oh Huuuh Digga, fünf Sterne Das muss doch geil sein, oder? Oh, so ein Story Game Oh, so was feiere ich Okay Auch das ist doch im Mondfall, oder? Ich hab gehört, dieser, dieser Film ist doch richtig scheiße sein Soll aber Soll aber bei Amazon Prime glaube ich kostenlos verfügbar sein Also, Gönnung Ich stehe sowieso auf so Endzeit-Games, richtig geil, ey Äh, hab ich irgendwas verpasst? Doge ich gerade das gesamte Game? Nice, Bro Komm, 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 komm Aber ich glaube, ich gönne mir den mal Ich glaube, IMDMB ist der richtig Schmutz Digga, in deinem Gesicht Wie ich ihn einfach mitnehme Aber ich glaube, man muss ihm mal Zumindest eine Chance geben Aber er soll auf jeden Fall todesunlogisch sein Also Also unlogischer Als die Story an sich Stopp, Digga, nicht mit Pro-Fucking-Bosser Lass mich durch, du Lappen Base-23 Hat das überhaupt irgendwas mit Moonfall zu tun gehabt? Wahrscheinlich nicht, ne? Einfach mal reingebracht hier Wir machen einmal Einmal for real Einmal for real, meine ich doch Oh Deko noch mitgenommen Was los? Digga, richtig weggekickt, ey Richtig geil Richtig Rocket League, ey Oh, geil, deswegen liebe ich das Game Okay, hier können wir weiterfahren Oh Glass-Break Glass-Break auch ziemlich geil, aber Ich wollte gerade sagen, kann man das verkacken? Nö, ne? Easy Oh, ein bisschen mehr Kraft Gibt nicht zu eng, es gibt nur zu wenig Anschwung Okay Okay, wir brauchen mehr Speed, Muchachos Wir sammeln jetzt eure Kraft Okay, okay Das war richtig schlecht, Muchachos Wir brauchen mehr Energie Okay, okay Das war auch noch richtig scheiße Oh, wir haben es gleich rausgedrückt Und nochmal Oh Wer seid ihr Amker Okay, okay, okay Ja, ja, einmal umgekickt hier Wir haben es drauf Wir haben es drauf, ja Ja, wir fahren zurück, weil wir das wollen natürlich gerade Ja Wir benutzen das Ding hier noch so ein bisschen als Rampe Perfekt Ja, das wollte ich genauso haben, Muchachos Genau So, damit ich hier rüberfahren kann Oh, das war Hä? 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 Ey, das war jetzt böse Das kam einfach aus dem Nichts Aber wir kriegen das hin Oh, wir müssen aber eigentlich Deko mitnehmen Ohne Deko Ohne Deko wird das übel, ey Oh, fuck, ey Oh, rübergesprungen Aber, ja Das wird jetzt auch nochmal Schwierig Sagen wir mal so Oh, das hat wehgetan, ey Das hat richtig wehgetan Digga, ohne Arme Digga, wie soll ich das jetzt ohne Arme noch hinkriegen? Oh, los Runter damit Alter Puh, das habe ich gerade nicht geschafft Oh, drück weg Vielleicht mit dem Gesicht Ja, mit dem Gesicht, Digga Richtiger Dickkopf Okay Nein, nicht da hin Digga Ey Oh, das ist so anstrengend Einmal mit Deko, Digga Einmal mit Deko hier durch Oh, ja Ja, aufpassen Ja Ja Ja, 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 ja Digga, das, ey Ne 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 Mutantschuss Ich hoffe Ihr hattet viel Spaß mit der Folge Ich hatte gar keinen Spaß Außer Borthoro Borthoro war ziemlich geil Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Falls ihr noch mehr sehen wollt Schreibt's gerne in die Kommentare Und habt noch einen wunderschönen Beschissenen Tag Dann reingehauen Ich wünsche euch fucking